ja hallo zusammen und willkommen in meinen neuen folge wo fahren wir haben mitte planen wikingen m nun und ja er ist nicht bereit ich bin es bereit nein doch ich bin anscheinend auch nicht bereit gewesen ich habe es nur auf breit glücker war so ist n und weiter doch ich bin so müde ich werde nichts mehr treffen und ich kenne mir gar nicht er schaut bei der ersten er ist sich die neue die erste Mäbchen der ich glaub so 1.4 hier oder so war es ab als Schiff es ist für mich das auf der Gütze meistens kerstellen bei diesen kleinen bei dem Dorf das Recht unten jetzt in diesem Teil oder einen Flak zu stecken ein Trippel da geh ich später mit dem Bomber hin siehst du den oben rechts äh den Abreißer DO 210 wenn du hinter mir noch bist nein ok dann hab ich meinen Hopfer boah langsamer werden alter jetzt ist der scheiß Bomber oder was der brennt nein das wird mein Abschluss Junge nicht ich krieg den nicht wieder jetzt sind meine MGs alle nice Abschlusshilfe nur das ich hab dir ich hab dir und zwischen Schickern zu haben ja weil der mich hinten so wegficken wird jetzt guck siehst du ich kann aber auch da macht man einfach nichts das ich nehme den jetzt nein das ist nicht in einer verpiste bis das ist du hast du nicht von über hier durch schuld neuen lieben und es ist glaube ich dein jetzt gerade hinter dem schluss jungen das ist mehr und er hat nicht gekillt hat das hinter mir wo weiter ging die kann man auch nix machen sie helfen ich bin nicht irgendwo und ja ich bin ein bisschen weit weg du bist so um die fünf Kilometer weg und die Hilfe auch keiner weiß mehr abtuch zwei Leute was ist in zwei Leute in der Nähe aber sie helfen wir einfach nicht dann können wir die Kräste schon die kleinen die kleinen Babys hast du das man so weit ist mit den Bombern und dass man so weit hinten ist dass man so weit ist mit dem Boden und dann kann man so weit dann können wir das und dann können wir die Kräste schon mal ein bisschen aber dass wir das das ist es ist aber wir sind Vielen Dank. 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 Oh, das ist kaputt. Nein. Nein. Jetzt muss ich sich abknallen, wo bist du? Ja. Trotzdem. Ich hasse... ... Und...